moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glitch zeigen wie ihr gar kein damage bekommt bzw wie ihr unsterblich werdet ihr bekommt zwar damage leute wie ihr seht bis ein hp runter aber ihr stirbt einfach nicht und wie dieser god mod funktioniert das zeige ich euch jetzt und zwar leute braucht ihr einen freund für diesen glitch danach kauft ihr euch tombstone wenn ihr euch tombstone gekauft habt leute dann bringt ihr euch einfach um entweder macht ihr das selbst mit einer granate oder ihr wartet bis euch die zombies töten wenn ihr dann down seid leute dann seht ihr diese rote lebensanzeige die immer weiter weg geht ihr müsst jetzt so lange warten bis die rote lebensanzeige gar nicht mehr sichtbar ist und der ganze balken schwarz ist und in dem moment aktiviert ihr dann eurem tombstone ihr haltet dann die auf der playstation die dreieck taste bei xbox die y und auf dem pc müsste es die g taste sein wie bei mir wenn ihr das dann im richtigen moment aktiviert leute bzw im richtigen moment die tombstone taste gedrückt hält dann hört ihr so ein kleines schreien also wenn ihr so ein schreien hört und euer bildschirm so weiß aufleuchtet dann hat es geklappt und wenn das dann geklappt hat leute beendet euer freund die runde geht einmal durch den teleporter nimmt den teleporter wieder zurück und dann kauft ihr euch wieder das tombstone perk und wenn ihr das dann gemacht habt dann solltet ihr nicht mehr down gehen so ich bin durch den teleporter und zurück hat mir wieder tombstone gold und dann probieren wir es mal aus so leute das war es dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal